Eine ganze Zeit später, das war 79, glaube ich, traf ich sie in Mexiko auf eine Exilkonferenz. Alle Welt lief herum, stellte alles in Frage und wurde selbst in Frage gestellt. Und da stand sie. Am Arm eines mageren Mannes mit dunkelumrenderten Augen, der wie ein Guerreiro im Ruhestand aussah, nervös und voller Ticks, ein Fanatiker des Augenblicks für eine Sache, die morgen schon eine andere sein konnte. José Justozzi, ein alter Freund. Mein Lebensgefährte, Marcelo Fanizzi. Dieser Mann war nun also erschossen worden. Damals gaben wir uns die Hand, er wurde dann gleich irgendwo verlangt und ich war mit Carmen allein. Wie geht es dir, nach so langer Zeit unglaublich, dich wiederzusehen? Ich hätte nie gedacht. Ich erinnere mich nicht mehr an ihre Worte, aber in ihren Augen lag ein Hauch früherer Zärtlichkeit. Als der Bus Aguascalientes verließ, die letzte Station vor Sacatecas, schloss ich die Augen. Ich war aufgeregt. War sie immer noch so wild? Immer bereit, sich gegen alles und jedes aufzulehnen? Oder war sie ruhiger geworden? Hatte sie vielleicht sogar Kinder? Ihre hübschen Zehennägel, die sie sich zweimal die Woche lackierte? Augenblicke der Entspannung und der Meditation. Mir sagte sie, ich sei so anstrengend, ich solle mir die Zehennägel lackieren und dabei Ravels Bolero hören. Das würde helfen, wenn ich sie so ernsthaft ins Nägel lackieren vertieft sah, überfiel mich regelmäßig der Wunsch, sie auf der Stelle zu lieben. Ich stellte mir unser Wiedersehen vor. Sollte ich ihr das übliche Beileid aussprechen? Was machte ich mit meinen Fantasien? Denn Fantasien waren im Spiel, auch wenn sie mir angesichts des Toten ein wenig niederträchtig vorkamen. Ich bin's, José. José. Pepe, gut, dass du da bist. Du bist doch hier. Im Kalenderzimmer 203. Wie geht's dir? Schlecht. Aber es geht schon vorbei. Ich bin ganz durcheinander. Du kennst mich ja. Möchtest du herkommen? Carmen. Ich konnte nur sagen, was man in solchen Fällen zu sagen pflegt. Und dass ich in einer Viertelstunde bei ihr sein würde. Untertitelung des ZDF, 2020